Ein stets aktueller Kalender ist das A und O bei der erfolgreichen Vermarktung Ihrer Ferienunterkunft. Darum ist es wichtig, die Verfügbarkeiten Ihrer Ferienunterkunft grundsätzlich up-to-date zu halten. Denn direkte Online-Buchungen auf Buchungsportalen oder Ihrer eigenen Website kommen nur mit aktuellen Kalenderdaten zustande. Hinzu kommt, dass einige Buchungsportale Inserate mit gepflegten Kalendern besser listen als solche, deren Aktualisierung schon eine Weile her ist. Wer seinen Kalender pflegt, steigert also seine Sichtbarkeit. Nur mit einem aktuellen Belegungskalender können Doppelbuchungen vermieden werden. Ziel muss also sein, die Belegungen Ihrer Ferienunterkunft zentral und online zu verwalten. Und zwar unabhängig davon, ob Sie Ihre Ferienunterkunft ausschließlich auf Ihrer eigenen Website vermarkten oder ob Sie diese auf verschiedenen Buchungsportalen zur Vermarktung anbieten. Insbesondere Letzteres war vor einigen Jahren noch recht aufwendig. Heute gibt es jedoch ein breit gefächertes Angebot an Software, welche es dem Nutzer ermöglicht, einen Belegungskalender speziell zur Vermarktung von Ferienunterkünften anzulegen. Alle Produkte sind so aufgebaut, dass Anbieter von Ferienunterkünften auch ohne Programmierkenntnisse eigenständig einen Belegungsplan erstellen und in Ihre eigene Website integrieren können. Sollten Sie Ihre Unterkunft auf weiteren Buchungsportalen inserieren, bieten diese Programme außerdem die Möglichkeit, Ihren Belegungskalender automatisch auf andere Portale zu übertragen. Dazu stellen die Softwareanbieter die Aktualisierung der Belegungskalender über iCal zur Verfügung. iCal ist ein gängiges Dateiformat, mit dem Sie die Vakanzen Ihrer Ferienunterkunft auf verschiedenen Buchungsplattformen teilen können. Ein iCalender, kurz iCal, ermöglicht also den Austausch von Kalenderinformationen. Mit einem iCal-Import und iCal-Export halten Sie in beliebig vielen Buchungsportalen Ihren Belegungskalender stets aktuell. iCal-Verbindungen verwenden eine einfache Webadresse für Ihren Kalender. Diese wird automatisch generiert. Alle über iCal-verbundenen Buchungsplattformen greifen regelmäßig auf diese URL zu, um die Verfügbarkeiten Ihrer Ferienunterkunft zu aktualisieren. Wie oft diese Verfügbarkeitsabfrage seitens der Buchungsportale stattfindet, kann sehr unterschiedlich sein und obliegt dem entsprechenden Portal. Viele Buchungsportale bieten einen eigenen iCal-Link an. Bedeutet das, dass Sie gar keine Software für Ihren Belegungskalender mehr brauchen? Nicht unbedingt. Die von Buchungsportalen generiert iCal-Links beziehen sich in der Regel nur auf die Buchungen, die genau von diesem Portal vorgenommen wurden. Inserieren Sie eigenständig auf anderen Portalen oder nehmen Eigenbuchungen vor, dann werden diese Buchungen nicht in diesen einen portalspezifischen iCal-Link übernommen. Nur mit den portalneutralen iCal-Links, der Anbieter von Software, von Belegungskalendern, von Ferienunterkünften, werden also auch wirklich alle Buchungen der unterschiedlichsten Portale sowie ihre Eigenbuchungen aktuell gehalten. Zusätzlich zu Belegungskalender und iCal stellen die Softwareanbieter oftmals weitere nützliche Module zur effizienten Vermarktung Ihrer Ferienunterkünfte zur Verfügung. Jetzt sind Sie dran! Nutzen Sie diese Tipps, um Ihren Belegungskalender aktuell zu halten und Ihre Ferienunterkunft noch erfolgreicher zu vermarkten.